ja leute was geht ne neue runde rettet die welt diesmal bekämpfe den sturm also findet den atlas ich baue verteidigung um ihn aktiviere ihn und beschütze ihn vor den hüllen so läuft das ganze jetzt ab also dann so jetzt also dann aufträge hier aufträge 4 kantenakten durchsucht nach computer nach medizinischen büchern dafür ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was genau ist ich brauche mal eine sekunde hier noch nicht gefunden hier 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 Oh, oh, oh. Ah, ich bin erledigt. Ah, ich bin erledigt. Ah, ich bin erledigt. Ah, ich brauche eine Pause. Ah, ich bin erledigt. 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 Ah, ich brauche eine Sekunde. Ah, ich bin erledigt. 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 Ah. also dann fehlt es noch ein einziges dann werde ich auch von den atlas starten könnte sein das ist unmöglich ich bin erledigt damit beeindruckst du niemanden rei 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 Das ist genug, Blue Glove. Bau jetzt Verteidigung um den Atlas auf und aktiviere ihn, sobald du bereit bist. Hey, unsere Festung wird beschädigt. Okay. Ah. Ah. Aktivierung in 5 Sekunden. Du schaffst es, Kommandant. Das wird dir nicht gefallen. Jetzt wird's feurig. Du schaffst mein Schrapnel! Geht leider nicht. Letztes Magazin! Du schaffst. Du schaffst es. Du schaffst. Du schaffst das. Oh mein Gott, ich bin so ein, was ich nicht so an, was ich nicht so an, was ich nicht so an, was ich nicht so an. Normalerweise steht ihr Tor unter uns. Gebt eure kalten Hände von unserem Laser! Nein, wo spawn ich denn? Ein kleines Gebäude. Weiß ich ihn falsch gedrückt. Das ist ein Ablauf! Das war's. Das wird dir nicht gefallen. Das war's.